Als erstes wird günstiges Industriestandard Rohmaterial aus Zellulose angeliefert und in der B-Camp Nummer 2 in Standard Papierwaben geöffnet. Jetzt erfolgt die Materialveredelung mit einer Spezialflüssigkeit. Dieser Prozess macht diese Maschine einzigartig. Die B-Camp Spezialflüssigkeit reagiert nun mit zugeführter Heißluft und verbindet sich mit den Zellulosefasern des Papierwabenmaterials. Durch Wärmeeinstrahlung erfolgt im Heizfeld das Finish. Diese Prozessstufe beendet das Imprägnieren der Papierwaben. Die chemische Reaktion wird nun mit der Enttrocknung beendet. Das Ausgangsmaterial ist nun toxisch unbedenklich, brandsicher und wasserfest. Im finalen Zuschnitt werden die fertig behandelten Waben in Sollmaße geschnitten. So ist ein hochwertiger Rohstoff für Verbundplatten entstanden. Mit der Anlage ist eine Jahreskapazität jenseits von 2 Millionen Quadratmetern möglich. B-Camp Technologies öffnet die Türen für eine neue Zukunft. Profitieren auch Sie von dieser Innovation.